Übrigens, viele Menschen sehen die Welt und was auf ihr geschieht, mittlerweile nur noch schwarz und weiß. Andere wiederum rosarot. Und damit meine ich nicht Ken und Barbie und auch nicht die Einhörner. Ich persönlich sehe die Welt eher in Grautönen. Grauwale, Graupapageie und grauschimmeliges Brot. Ja, von Grau gibt es unglaublich viele Nuancen. Und wenn ich schwarz sehe, dann höchstens in einem geschlossenen, fensterlosen Raum, nachdem man das Licht gelöscht hat. Dann ist es zappenduster. Und das schlägt nach einer Weile auch aufs Gestüt. Gemüt. Richtig. Auf meine gute Laune. Ich sage immer, gute Laune ist, wenn man nur jedem Zweiten aufs Maul hauen möchte. Aber seien wir mal ehrlich. Gute Laune ist kostenlos und verblüfft die Gegner. Aber wenn ich den Gute-Laune-Tee acht statt vier Minuten ziehen lasse, dann eskaliere ich komplett und fühle mich wie ein junger Wallach-Hengst. Mann, hab ich ne gute Laune. Alter, mir lacht die Sonne aus dem allerwertesten. Gute Laune-Tee macht Spaß. Wenn aber alle singen, ganz in Weiß mit einem Ball um einen Strauß, dann führe ich eine mir fremde Frau vor den Altar oder die Floristin ist eine schwarze Königin, also eine Roy-Black-Initiatorin, Imitatorin. Und versucht mich zu verbirnen. Zu veräppeln. Und trotzdem lässt ihre kurze und witzige Einlage mein Herz höher schlagen und macht mich mir für eine Millisekunde glücklich. Aber nur so lange, bis ich von ihr die Rechnung für den Blumenstrauß präsentiert bekomme und nach dem Defibrillator greifen muss. Buh-Buh. Tja, dann wird mir wieder ganz anders und meine Laune verändert sich von einem gleißenden Weiß in ein Hellgrau, geht über in ein Mittelgrau, weiter in ein Dunkelgrau und endet schlussendlich im fensterlosen Zimmer. In meiner Dunkelkammer. Nein, die Welt besteht nicht nur aus Schwarz und Weiß, denn immerhin gibt es in der Schweiz seit dem 1. Oktober 1968 das Farbfernsehen. Für meinen Vater aber wechselte das Farbfernsehen drei Jahre später wieder auf Schwarz-Weiß, als das Stimmvolk, und das waren für ihn ausschließlich dumme Männer, 1971 der Initiative des Frauenstimmrechts zustimmten. Ich höre ihn heute noch sagen, keine Ahnung, was die gesoffen haben, diese Idioten. Ja, zu dieser Zeit hätte man meinen können, dass nur in der schottischen Whisky-Kategorie gedacht wurde. Black and White. Ein Thema, was aber so richtig polarisiert, sind weder Eisbären noch Pinguine, sondern die Ukraine. Da bekomme sogar ich in einer Diskussion hin und wieder Schweißausbrüche und von der deutschen Wehrmacht, der deutschen Bundeswehr, Pickel und eine Pickelhaube. Und was man mittlerweile alles ungewollt über Rüstungsgüter erfährt, Wahnsinn. Also, da gibt es zum Beispiel den Chicken Leoparden, den weichgekämpften Bader und den kuscheligen F-16. Und dann hätten wir am Angebot auch noch, wachs ja kaum sagen, das AWACS, Airborne Early Warning and Control System. Und Piff, Puff, Puff, also den Mehrfach-Raketenwerfer Mars 2, Snickers 3, Bounty 4 und ganz, ganz viele Ebo-Dams. Ach, mir wird ganz schwindelig. Nein, ganz im Ernst. Es ist doch heutzutage kaum mehr möglich, das Wort Frieden oder Friedensverhandlungen in den Mund zu nehmen, ohne dass man Angst um seine Zähne haben muss. Nee, die beiden Begriffe sind so sehr an Bedingungen geknüpft, dass man als gefallener Engel in der Hölle sofort zum Geflügelversteher, Putin-Versteher und Russen-Kollaborateur erklärt wird. Echt jetzt? Egal. Also, wenn man nicht gerade Nicole heißt. Denn nur die hat die Lizenz zum Töten, äh, zum Frieden. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freizeit, Freiheit. Aber es ist ja heutzutage in allen Bereichen so. Getreu dem Motto, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Dazwischen gibt es nichts. Fast jeder beansprucht für sich das Recht, die alleingültige Meinung zu vertreten. Tja, an einer schicken Schultasche, ich meine, an einem tollen Ranzen, nee, äh, an Toleranz ist man eben nicht interessiert. Mark Twain sagte einmal, wir schätzen die Menschen, die frisch und besoffen ihre Meinung sagen. Äh, die frisch und offen ihre Meinung sagen. Vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir. Ja, ja, der mag. Und ich sage immer, die ganze Welt ist voller bunter Farben. Warum sollte dann ausgerechnet die Wahrheit schwarz-weiß sein? Ein wenig positives Denken stünde uns gut zu Gesicht. Neulich sagte mein Sohn, als er seine Hausaufgaben machte, was für ein Scheiß. Ich habe ihn ermahnt, nicht immer alles negativ zu sehen. Er nickte und sagte dann, okay, was für eine schöne Scheiße. Tja, schade. Es ist leider nicht alles immer so weiss, wie man es sich wünscht. So, und ich kaufe mir jetzt ein Schwarzbrot und ziehe mich in meine Dunkelkammer zurück. Schönen Sonntag. Was für eine schöne Sache. Übrigens, Only4Me-Fans können sich hier auch gerne für meinen Newsletter anmelden. Und dann bekommt ihr hin und wieder, keine Nacktbilder zu sehen, aber dafür ein paar lustige Neuigkeiten rund um mich und mein Leben.